hey freunde hallo willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mache ich mache ich ein minecraft projekt weiter es kam jetzt drei tage lang nicht mehr von mir aber ist ja nicht so schlimm gewesen ja ich habe mir noch so ein paar sachen überlegt aber das ist nur zwei tragen ich auf jeden fall heute kommt wieder das video heute mache ich weiter mit dem minecraft projekt morgen wird dann wahrscheinlich wieder eine reaktion kommt am donnerstag kommt dann vielleicht am donnerstag sogar schon kommt wieder ein also ein minecraft eine minecraft folge raus und am woche und dann richtung wochenende hin weiß ich noch nicht ob ich das mal ob ich noch ein video raushauen oder nicht aber ich will am sonntag will ich auf jeden fall noch mal ein video raushauen ja es sind ja wirklich ferien also richtige ferien und ja nach den ferien geht es für mich noch nicht weiter ich habe erstmal noch eine woche home office und danach haben zwei ab und 22 geht es wieder in schule also schul alltag in anführungszeichen mein wir wurden in zwei gruppen aufgeteilt aber das ist zweitrangig und ja ich habe jeden fall einen fetten daumen nach oben da vergesst jetzt nicht den kanal und kostenlos noch zu abonnieren und die glocke zu aktivieren und schaut bei mir gerne auf instagram vorbei link ist unten in der video beschreibung auch für meinen snapchat account ja und ansonsten würde ich dann sagen legen wir doch gleich los so hoffentlich funktioniert das jetzt hier alles ich mach mal den ton ein bisschen leiser wahrscheinlich wird minecraft also die böschen auch hier unten hier irgendwo oder so keine ahnung wo sie jetzt hier ist wahrscheinlich wieder ein bisschen voraus sein aber naja muss ja dann wieder ein bisschen regeln aber ist ja nicht so schlimm erstmal fliegt nur warum warum ist hier eine zweite tür und das hier so aber erstmal fliegt nur hier um das hause herum damit ihr seht was wir in den letzten zwei folgen schon gemacht haben zwei folgen ja zwei folgen waren es schon so also wir haben hier angefangen den eingang alles einzurichten hier mit einer druckplatte sehr schön gemacht da müssen noch Fenster rein habe ich gerade gemäßt was so also noch mal so aber wir haben hier drin hier was die eingreifen haben was gemacht das Haus ist sehr sehr klein gehalten für mich ja für meine Bauverhältnisse ähm wenn ihr wollt schreibt mir unten in die Kommentare ob ich euch mal andere Welten von mir schon zeigen äh von mir die ich schon gebaut hab zeigen soll das sind jetzt nicht so die Überwelten aber ich habe mir schon da ein zwei Sachen überlegt könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben ob ihr die sehen wollt auf jeden Fall geht es dann hier weiter und an dem hier haben wir gestern dann äh nicht gestern sonst das letzte Mal aufgehört ähm und da machen wir es dann würde ich sagen auch direkt weiter weil sonst gibt nichts zu sehen also hier haben wir noch so eine kleine eine kleine Treppe noch reingebaut ja würde ich sagen jetzt machen wir hier erstmal weiter ähm ja und ich hoffe natürlich euch gefällt das Projekt jetzt wie gesagt ihr könnt mir auch ein paar Ideen noch unten in die Kommentare schreiben hoffentlich habe ich die noch aktiviert weil ich musste da noch eine Kleinigkeit ändern bei meinem Kanal aber kann ich ja noch also kann ich ja noch nachschauen und das Video kommt auch heute mal nicht mittags raus zu hören eher abends aber ist ja nicht so schlimm so jetzt machen wir hier nochmal weiter ich weiß noch gar nicht was hier rein soll so richtig können Boden Holzboden und Schleimdien Film die 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 und die in den im den schlussend schlussend wurden und steigen steigen ja weil ich dich ich weiß schon was ich hier ein bau aber dazu müssen die Fenster hier drinnen und ich möchte die Fenster schnell wegreißen ein dann muss ich nachher noch machen so irgendwie läuft es heute noch nie das machen wir gleich hier hier rein hier rein lassen schon besser so und zwar ziehen wir jetzt hier erstmal eine Wand noch hin d m ich würde sie wirklich hier so rein setzen jetzt kann ich euch sagen was ich hier reinbauen will ich würde hier so ein riesen Pool reinbauen deswegen habe ich hier unten dass er wieder weg gemacht ähm und wirklich mit den Steinen hier und unten so eine Beleuchtung reinmachen halt ja das war so meine Idee aber ich weiß nicht genau wie ich die umsetzen soll auf jeden Fall können wir hier eigentlich das so zu machen und hier oben so und dann noch so ein bisschen was haben für Fenster und jetzt kommt hier unten noch überall was hin So genau, das ist jetzt logisch so ein riesen Pool. Eigentlich wollte ich ja noch so was mit Redstone mäßig, also so reinbauen, dass du kalt und warm Wasser einschalten kannst, aber da mache ich mich nochmal schlau und das kommt dann in der dritten Folge kommt das dann. Ähm, ja, wenn wir hier reinkommen, so. Jetzt habe ich eine Idee. Okay, dann hier, so, eins, zwei, drei, und da kommen dann so, eigentlich Leucht, eigentlich die, oder, wie heißt die anderen, ähm, genau, die hier, hm, so wenig welche besser sind. Egal. Und, zack, hier kommt eine, ich finde auch ein großes Fenster, also ein riesen Fenster kommt hier rein, oder? Oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht. Dort machen wir schon so ein großes Fenster. so, und hier kommt dann wieder ein kleines Fenster. Und, zack. Und, da haben wir das schon mal und hier, genau oben muss ich noch hier alles voll schließen. So. Und, das morgen, also wenn morgen ein Video wieder kommt, dann wird das wieder eine Reaction sein, habe ich ja gesagt, äh, nicht gesagt, aber ich will mich immer so mit Reaction und Minecraft abwechseln, damit ihr auch so ein paar unterschiedliche Sachen habt, und dann kann, kann man ja was Neues noch anfangen. Ich kann auch noch ein paar mehr Spiele spielen, oder, ja, aber, ich hoffe natürlich, dass es euch noch quellt, hier mit dem Minecraft und so, ah, hierhin habe ich noch was vergessen. So. Und jetzt kann ich hier unten nämlich gucken, welches ist besser. Das. Da oben. Ich glaube, ich nehme die hier. So. So. Und jetzt unten. Ah genau, unten kann ich ja so. 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 Und, was soll ich hier unten reinmachen? Ich glaube, unten mache ich dann Quarz wieder rein, weil das einfach so, das sieht dann glaube ich besser aus, wenn du da Wasser rein tust. Und dann hier nochmal rüber. Passt. So, und zwar hole ich mir jetzt hier einen Wassereimer für die Stufen. Dann machen wir jetzt hier mal wieder Wasserweilen. Das Geräusch rät mich jetzt schon wieder auf. Na gut, der füllt sich hier noch. Der Pool braucht ja auch relativ viel Wasser, das ist ja auch ein riesen Pool. Den hat ja nicht jeder mal so im Haus kurz stehen. Und ich ziehe noch was. Passt ja. So, hat man zwar hier jetzt keine Fliegen oder so, aber, ähm, ah, man kann ja hier noch so, mach mal. So. Geben wir hier so hoch. Und dann haben wir hier, wenn hier noch ein hoch geht, ah, geht nicht. Okay, nein, kann man ja sagen, da und da sind dann so Sprungtürmer. so. Ähm, finde ich eigentlich eine relativ coole Idee. Ähm, was kann man denn nehmen? so. Ne. Ach so, die. Ich glaube, man muss wirklich Stufen darin nehmen. so Stein. Die hier. Die sehen, die sehen auch schwimmbar oder was. Dann kann man hier so hingehen und dann, hui. hier. Ja. Finde ich eigentlich relativ eine schöne Idee. Jetzt ziehen wir hier nochmal das so ein bisschen rum. Oder? Hier mal so ein anderes Fenster reinsetzen. Ja, und hier mache ich die Ecke aber zu, diesmal. Und dann mache ich hier wieder was drauf. Und dann eigentlich, wenn ich die Wände jetzt hier hab, dann ist das Video auch schon wieder zu Ende. Das ging diesmal irgendwie relativ schnell, fand ich. Wir haben diesmal wirklich nur den Pool gebaut. Aber, ja. Es kommen auf jeden Fall noch weitere Folgen von Minecraft. Da kommt das so. Eins, zwei, zwei, vier. Und hier. Vier. Und hier. Eins, zwei, vier. Hier. Eins zu Porín. Hier. Und hier. Und eins, zwei, vier. Ein, zwei, vier. Ja. hearted. Ja, es ver 93. actor ver January hat. Ist ganz einfach. und dann noch hier jetzt weiter ziehen und hier oben, das machen wir dann das nächste Mal weil da habe ich schon so 1-2 Ideen, was man hier denn machen kann und das ist das nächste Mal ich finde irgendwie, das Schwimmbad sieht schon ein bisschen cool aus, wenn du jetzt ein eigenes Schwimmbad noch drin hast hier kannst du aber rausgehen vielleicht noch eine Stufe zum reingehen und dann war es das mega halbwohl, ich kann das wechseln wieder rein dann so runter und dann kannst du hier wieder so hoch genau, und vielleicht brauche ich die Tür brauche ich hier noch rein eine schöne Schwimmbad-Tür ist vielleicht so was finde ich dann noch was mit Druckplatten noch goldene Druckplatten vor allem nur mit weißen und dann kann man auf der anderen Seite die nehmen damit das schön einheitlich ist genau und dann würde ich sagen, was das jetzt mit dem heutigen Video ist es wird wahrscheinlich wieder so eine 20 Minuten gehen aber es ist hoffentlich nicht so schlimm und dann würde ich sagen, was jetzt, wie ich gesagt und schreibt mir in die Kommentare noch Sachen, die ich bauen kann bei dem Haus ja, irgendwie das nächste Mal gehe ich nochmal hier in die Fenster hin und verkleinert den ein bisschen, damit die hier so schön und oben drüber gehen habe ich gut geplant ja, und dann würde ich sagen, hiermit war es das und bis zum nächsten Mal Ciao